Siren Head vs. Godzilla im echten Leben. Wer wird gewinnen? Das Ende ist so krass, dass es mich sprachlos macht. Es fängt anscheinend ganz entspannt an jetzt hier, Leute, bei dem Strand. Hier so ein bisschen spielen und so. Also alles entspannt. Guck mal, der kriegt so noch eine schöne Massage hinten im Hintergrund. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seine Burg geht sogar kaputt. Was? Was? Oh mein Gott, Godzilla kommt einfach, Leute. Bitte. Ja, dein Spielzeug bitte nicht helfen. Lauf. Lauf. Lauf so schnell du kannst. Oh mein Gott, nimm deine Schuhe. Vergiss die Schuhe. Hör auf deine... Geh einfach rein da jetzt. Ist doch egal, dass da Sand drin ist. Oh oh. Oh oh. Ey, der hat viel zu lange gebraucht, Leute. Der hat viel zu lange gebraucht. Was macht der denn jetzt noch ein Video? Der ist voll begra... Oha. Was? Die sind doch... Hä? Die ist ja doch im Sand drin. Ey, oh mein Gott. Was geht hier ab, Leute? Schnell. Hol sie raus. Zieh sie raus. Jetzt komm schon. Kraft zeigen. Hä? Oha. Okay. Der hat einfach gerade mal die Liebe seines Lebens gefunden, Leute. Oh. Oh. Okay. Kurz verliebt, während Monster im Hintergrund noch am... Oh Gott. Okay. Du hast dich jetzt zwar gerade verliebt, aber trotzdem ist hinten noch im Hintergrund Godzilla. Das heißt, schnell. Nimm sie mit. Nimm sie an die Hand. Mal gucken, Leute, ob sie später noch heiraten werden. Ich bin gespannt, ob es passiert. Oha. Oha. Die ganzen Jets und so, ne? Los. Lauf, lauf, lauf. Hört auf zu filmen, Mann. Geht da weg. Was denkt ihr denn? Oh, oh. Oh, oh. Godzilla macht seinen Strahl und... Was? Schnell. Gib Gummi. Wir brauchen jetzt Siren Head oder irgendwen. Oh. Anstrengend, ne? Alter, die sind ja richtig verliebt, die beiden, ne? Die haben sich richtig angeguckt. Aha, irgendwie. Oh. Oh, Siren Head ist direkt bei ihm. Nein. Schnell, komm mit. Schnell, komm mit. Oh mein Gott. Schau mal, er hätte gerade einfach drei Leute zertreten. Ja, schieß auf ihn. Los jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy moly. Was? Der wirft ihn einfach weg? Oh, lauf, 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 lauf. So schnell wie du kannst. Alter, Siren Head. Ich dachte, Siren Head ist gegen Godzilla. Und ist gegen die Menschen. Die Menschen haben ja einfach doppelt schlechte Karten gezogen. Okay, jetzt schnell hier. Mit deiner neuen Freundin. Versteck dich dahinter. Und jetzt küss sie. Küss euch. Oh Gott. Siren Head. Oh nein. Hat sich irgendein geschnappt oder so? So, komm weiter. Geht in die Gasse oder so. Da wird euch Siren Head bestimmt nicht finden. Oh, los jetzt. Okay, sehr gut. Oh, das war ein bisschen entspannt, Freunde. Ey, was ist gerade passiert? Einfach Godzilla am Strand. Nein. Nein. Hä? Geht's ihr gut jetzt, Leute? Geht's jetzt ihr gut? Das ist die wichtige Frage, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Sie ist verletzt. Er kriegt das auch nicht hoch. Los, du brauchst Kraft. Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siren Head. Siren Head. Nein. Du kannst ihn doch nicht zurücklassen, oder? Er kann sie nicht zurücklassen. Leute, das würdet ihr jetzt machen. Schwierige Situation. Ja. Und da ist er wieder sein verliebtes... ...Mädel. Mhm. Ähm. Oha. Er sagt... Was? Er sagt... Ach, egal. Ich kenn sie. Erst seit zwei Minuten, oder was macht er jetzt, Leute? Okay, er läuft jetzt irgendwo hin, ne? Was macht er denn jetzt? Oh mein Gott. Er holt sie jetzt nicht... Er holt sie jetzt hier den Raketenwerfer. Yo. Okay. Okay, krass. Alles klar. Raketenwerfer. Ist am Start, Freunde. Oh. Und? Da ist Siren Head. Siren... Oh Gott. Schieß auf ihn, Leute. Schieß auf ihn! Bam! Oh. Oh. Oh mein Gott. Godzilla! Alter, Godzilla hat den gerade einfach gerettet, hätte ich nicht gedacht, Leute. Okay, lauf, Bruder, lauf. Nimm die Beine in die Hand. Und es geht zu deiner Freundin. Oder vielleicht zu deiner Frau. Vielleicht fahren wir das ja noch später im Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, jetzt... Los, helfe jetzt. So, jetzt... Heb das doch jetzt mal hoch jetzt hier. Oh, die Arme, Freunde. Überall Kratzer und so. Oh. 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 Und? Oh. Und? Oh. Okay, das sind relativ... Oh. Oh, leichte Steine. Okay. Er hat sie befreit. Jetzt muss ich halt nur noch aufwachen. So, komm. Rüttel sie wach. Aufwache, Milady. Komm schon, ein Traummann ist da. Oh. Oh. Oh, sie wird direkt zweimal gerettet. Was ein Glückstag für sie. Aber sie ist leider noch ein bisschen neben der Spur, Leute. Wo gehen sie jetzt am besten hin? Wo kann man sie jetzt hinbringen? Sie muss ins Krankenhaus, Leute. Sie muss doch ins Krankenhaus. Hilfe! Hilfe! Sie braucht Hilfe! Oh, Godzilla. Okay, jetzt... Er guckt jetzt mal ganz kurz. Das wird im Fernglas, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Okay, da haben wir Siren Head. Und Godzilla. Ihr, was glaubt... Ich glaub, Godzilla gewinnt, oder? Ich glaub, Godzilla wird das ganze Ding holen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Und jetzt? Was macht er? Hat er irgendeine Idee, Leute? Er hört jetzt irgendwas aus seinem Rucksack raus. Und zwar... Was? Was will er mit der Babyarmbrust machen? Mit dem Pokéball auch nichts, ne? Äh. Alles klar, Digga. Ähm. Okay. Oh! Nein, sag jetzt nicht. Es kommt jetzt ein Transformer, oder? Ach. Was soll er mit dem Riesen-Airport? Warum hat er denn einen Riesen-Airport da an seinem Rucksack? Nein, oder? Drückt er das jetzt bei... Siren Head in sein Ohr? Oh! Nein, oder? Nein. Nein. Plump. Alter, Godzilla hört jetzt einfach... Was hört jetzt Godzilla? Godzilla-Music-Video. Nicht im Ernst, oder? Godzilla wird jetzt gerade richtig heftig wütend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, Godzilla. Du hörst deinen eigenen Soundtrack. Er lädt auf. Wow! Ohohohohoh! Was? Oh mein Gott! Yo! Was war denn jetzt gerade los? Und was denke ich jetzt gerade? Ähm. Ach. Wieder verliebt, Leute. Auf den ersten Blick. Laufen die jetzt aufeinander? Oh, Madagaskar. Leute, sie laufen aufeinander. Ja. Lauf zu deinem Retter. Er hat dich zweimal gerettet. Und Godzilla ist zwar immer noch da, aber Siren Head glaube ich nicht mehr. Okay, komm mal meine Arme. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hatte einen Freund. Sie hatte einfach einen Freund. Aber... Oh mein Gott. Habt ihr den Blick gesehen? Der Blick hat gesagt, sie hat sich verliebt. Ja. Und das nochmal ganz deutlich. Jetzt aber auf jeden Fall den Godzilla besiegen. Wow! Alter! Ich meine, Siren Head Bullets erledigt, aber Godzilla wurde noch nicht erledigt, Leute. Yo! Okay. Sehr gut. Und das Mädel ist leider mit ihrem Freund durchgezogen eben, Freund. Das heißt, hier... Oh! Hat sie sich leider nicht für ihn entschieden. Und... Oh mein Gott. Okay. Krasse Waffe auf jeden Fall am Start. So komm schon, Bray. H&M. Nike, was ist denn da los? Aus dem Weg jetzt hier. Aus dem Weg. Hund! Halt! Hund! Nimm den Hund jetzt mit? Oh mein Gott. Der nimmt den Hund jetzt mit? Hallo? Alter, der nimmt den Hund jetzt mit? Cool. Alles rein. Einsteigen. Hey, einfach wie bei... Wie heißt das? Legends. I'm Legends. Okay. Oh oh. Wo ist Godzilla, Freunde? Da ist Godzilla. Oh oh. Los! Hol dir Godzilla. Schieß ihn ab. Mit Raketen, der Fall irgendwas. Was? Erstmal einen Block machen oder was? Oh nee. Was macht der denn jetzt? Äh. Oh oh. Oh oh. Godzilla schießt alle ab, Leute. Achso, er filmt das jetzt gerade. Und jetzt zeigt er, wie er Godzilla besiegt anscheinend. Mit einer RPG. Los, schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Schieß auf ihn. Los jetzt. Worauf wartest du denn? Gabum. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Lauf. Godzilla ist hinter dir. Was hast du gedacht, dass eine RPG ihn treffen wird? Oh mein Gott. Er sucht ihn. Er ist direkt vorm Fenster, Freunde. Lego-Stein. Ich glaube nicht, dass Lego helfen wird. Ich sage es ganz ehrlich, Bruder. Aber ich glaube, Lego ist nicht die Richtung, in die du gehen solltest. Alter. Oh oh. Oh oh. So wirst du Godzilla auf gar keinen Fall besiegen. Ich meine... Seid ihr mal ganz sicher, dass das so nicht funktioniert wird? Guck weg. Leute, weggucken. Ah. Ah. Okay. Guck weg, guck weg, guck weg. Oh mein Gott. Alter, der kann doch nicht mit Godzilla einfach so rumspielen. Und? Ja, komm. Werb ihn nochmal ab. Trau dich doch, ne? Trau dich doch. Dreimal abzuwerfen. Eh nicht. Eh... Oh mein Gott, Freunde. Sie ist zurückgekommen. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt. Hat sich in einen Anzug reingeschmiedet. Und bekämpft jetzt Godzilla. Wow. Oh mein Gott. Sie ist schärfer denn je. Okay. Alles klar. Sie würde anscheinend Godzilla besiegen. Ja. Auf ihn. Richtig wie in den Animes oder sowas. So, komm schon. Und zack. Das soll's gewesen sein von Siren Head Business Godzilla, Freunde. Wenn ihr von euch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.